Die Möglichkeiten, eine flächendeckende Kontrolle auszuüben, heute viel, viel größer sind, als sie jemals in der Geschichte waren. Und zwar in einer Art und Weise, die man sich gar nicht vorstellen kann. Werden die Menschen das mitmachen? Ja, werden sie. Wir haben gesehen, was sie in den letzten Jahren während der Covid-Krise mitgemacht haben. Sie haben sich wegsperren lassen. Sie haben sich sagen lassen, sie dürfen ihre Eltern zu Weihnachten nicht besuchen. Sie haben das alles gemacht. Also es wird, die Menschen werden sich sehr vieles gefallen. Das wird man ihnen auch so erklären, dass es zu investieren ist, dass es zu investieren ist. Und die meisten Menschen werden das okay finden. Und die Gesellschaft wird sich dadurch verändern. Ich glaube, dass die Möglichkeiten, dem zu entgehen, nahezu nicht vorhanden sind. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass...